tach heute ist samstag der 7. mai und auch dieses vlog wird kurz und ohne viel schnickschnack auskommen müssen schnickschnack wie zeitrafferaufnahmen lustige zusammenschnitte von draußen und so ich bin ja wie gesagt grundlos hier gefällt mir nicht aber ist nun mal manchmal so und diesmal muss es sein weil ich echt momentan nur im rechner sitze video schneide um das wieder aufzuholen mein rückstand und noch ganz viel wichtigeren anderen kram machen muss leider naja wie auch immer ich habe ja erzählt dass ich aufgrund der gespräche bei der republika und der republika an sich und so ein bisschen ins grübeln kam und und immer noch grübel und ich weiß immer noch nicht und ja mit dem blogs bin ich mehr oder weniger zufrieden mal mehr mal weniger und interessanterweise ist es so dass heute vormittag zum beispiel ganz überlegt ob ich überhaupt noch weiter vlogge ob ich nicht einfach komplett auf snapchat umsteigen also die blogs erst mal sein lassen und snapchat weitermachen und weil dann passierte folgendes ich habe sitz gerade am video und sogar ich sitz gerade an einem video dass ich zusammenschneide und ungefähr bei der hälfte der aufnahmen nebenbei hälfte der das zusammenschnitt kommt eine stelle wo ich zum sonnenuntergang gehe und sage dass sie total unzufrieden mit dem blog bin und dass ich nicht viel aufgenommen habe und deswegen noch mal jetzt heraus bin und sonnenuntergang aufnehmen und das habe ich mir so angehört und hab halt noch mal gesehen dass ich schon zusammen geschnitten habe und wie viele minuten ich schon zusammen hatte was eigentlich schon komplettes blog hätte sein können ohne den zeitraffer am ende jetzt noch gleich und so und dann denke ich mir dabei eigentlich hast du doch bock zu vloggen ja mein leben ist oft langweilig momentan und ja ich kann momentan nicht viel zeigen und habe leider nicht die zeit für zu zeigen aber selbst aus dem bisschen scheiß kann ich noch einigermaßen was zusammenschneiden was man sich angucken kann wenn man sich mal die zeit nimmt und sich das fünf bis neun minuten hinsetzt und das video wirklich anschaut diese schnelllebige zeit in der wir keine videos mehr schauen können tausend sachen gleichzeitig machen müssen und uns nicht mehr auf dinge konzentrieren können ist doch schrecklich besonders für mich als blogger hört auf anderen scheiß zu machen meine videos nun zu hören schaut sie euch an nein aber ich habe schon bock da also quatsch also spaß hier und so nein aber ich habe schon bock weiterzumachen mit dem blog und so ja die jetzt die tage wäre ein bisschen ein bisschen lahm ist gut als wäre richtig lahm aber ja vielleicht setzt sich mal einen tag aus oder also das kann schon mal passieren jetzt ist damit musste ich auch so ein bisschen mit mir schwanger gehen ob ich damit leben kann wenn ich mal einen tag keinen blog aufnehmen ja kann ich aber zu oft sollte es auch nicht passieren und naja jetzt so und ist halt wirklich nicht viel los ich habe mir hat kateffen gemacht mit zu tun gebraten käse im kühlschrank den ich nie gegessen habe dann habe ich ja jetzt einfach aufgeschlossen und machen wir schön lecker junk food total ungesund und schmeckt bestimmt aber egal ich musste das irgendwie nur verwerten ja also ich habe wirklich darüber nachgedacht ob ich das vloggen erst mal sein lassen und stattdessen snapshot zu meinem blog kanal sozusagen machen weil es und wie schneller geht und weil er genau so ehrlich ist wie meine blogs also meine blogs sind ehrlich hier sind zwar bearbeitet und so aber die sind naja ich habe darüber nachgedacht aber wenn ich dann so ein video wie das schneide womit ich schon jetzt zufrieden bin obwohl noch keine musik dabei ist und nix und noch nicht fertig ist und so wo ich wirklich denke ja okay kannst du so aushauen dann habe ich halt doch bock weiter zu vloggen aber ich bin meine überlegungen noch nicht fertig naja wir werden sehen und ich weiß einfach dass da ein oder zwei spinner draußen sitzen das hört sich jetzt vielleicht paranoid an aber in dem fall weiß ich es wirklich die nur darauf warten dass ich aufhöre und nur um dann zu sagen können ja wusste ich doch gleich hält er nicht durchspacken und die nie zugeben würden dass ich das was ich da zusammenschneide schon gut ist obwohl sie eigentlich da sitzen und sich grün ärgern oder wie ärgert man sich was sagt man keine ahnung so das war es eigentlich jetzt schon mit dem hauptteil vom blog so ein bisschen zeitraffer wäre eigentlich nicht schlecht mal gucken wie auch immer ich danke euch für eure aufmerksamkeit und ich muss mich jetzt wieder an die arbeit machen also bis nächsten video